Herzlich Willkommen zur Top 100 Auszeichnung. Top 100 ist der führende Innovationswettbewerb für den deutschen Mittelstand. Die Corona-Krise war und ist immer noch ein besonderer Lackmustest. Wie reagieren Unternehmen, wenn plötzlich Selbstverständlichkeiten wegbrechen? Wenn sich das Umfeld radikal ändert? Wahre Innovatoren verändern ständig, erfinden sich neu und stoßen dabei auf überraschende Lösungen. Die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen gehört seit langem zur DNA dieser Unternehmen. Und als Mentor von Top 100 weiß ich, dass diese Unternehmen mit großem Engagement Situation aktiv gestalten. Während der Krise haben sie zum Beispiel Chancen erkannt und innovative Prozesse in Rekordzeit erarbeitet. Corona ist ein Lackmustest und vor allem Top 100 Unternehmen haben diesen Test hervorragend bestanden. Top 100 ist der einzige Wettbewerb in Deutschland, der das Innovationsmanagement eines Unternehmens auf wissenschaftlicher Basis untersucht und auszeichnet. Und diese ausgezeichneten Unternehmen sind ein Vorbild für andere. Wie sehr ist ein Unternehmen auf das Innovationsziel ausgerichtet? Wie konsequent folgen seine Strukturen diesem Ziel? Bei Top 100 untersuchen wir das anhand von mehr als 100 Indikatoren. Unsere Bewertung basiert dabei auf dem Stand der internationalen Forschung und den Vergleichsdaten von mehr als 10.000 Unternehmensanalysen. Die innovativsten Mittelständler erhalten das Siegel. Es zeigt, dass sie hervorragend für künftige Herausforderungen gerüstet sind. Das Berufsförderungswerk Dortmund IM verfügt über eine ungewöhnliche Innovationsstärke. Auffällig war besonders, wie sehr das Unternehmen vom Markt her denkt und wie ausgeprägt der Kunde im Mittelpunkt der Innovationsaktivitäten steht. Herzlichen Glückwunsch an das Berufsförderungswerk Dortmund zur Auszeichnung Top 100. Innovative Mittelständler haben die Fähigkeit, Altbewährtes immer wieder in Frage zu stellen. Genau das ist ihre Stärke und herausragende Fähigkeit. Top 100 prämiert diese Unternehmen und verschafft ihnen somit sehr große Sichtbarkeit. Der Preis honoriert das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Berufsförderungswerks in Dortmund. Für Sie ist Innovation kein Selbstzweck, sondern ein notwendiges Werkzeug im täglichen Doing. Innovation ermöglicht Ihnen noch besser für Ihre Aufgabe aufgestellt zu sein. Denn Sie unterstützen Menschen, die nach Krankheit oder Unfall wieder zurück ins Arbeitsleben finden wollen. Innovation, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dafür sagen wir Danke. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.